endlich 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 jetzt haben wir endlich mal einen trailer zur fünften staffel von lucifer na wer freut sich auch schon darüber normalerweise ist das jetzt nicht so meine sache über serie direkt zu sprechen aber ich konnte eigentlich meine füße nicht stillhalten ich musste einfach ein kleines video dazu machen bzw einen kleinen podcast denn ich habe mich so sehr auf diese staffel gefreut und jetzt ist sie endlich da wer ist denn freundlich auch lucifer fern hat das schon jemand gesehen habt ihr schon erste staffel gesehen habt ihr bis zur dritten oder vierten staffel schon mitgeguckt dann weiß ja jeder bestimmt wie es geändert ist und das würde ich jetzt nicht weiter verraten sonst wo ich hier darum nein wie hier gerade sehen könnt oder zwei bilder die ich jetzt hier poste ohne dass ich ja gekriegt weil die ja schon veröffentlicht sind da sieht man dass lucifer ein bisschen anders ist als vorher und die leute die den trailer ein bisschen verfolgt haben wissen auch warum und ich wollte jetzt einfach nur den hype ein bisschen hochziehen mögt ihr die serie denn findet ihr es denn überhaupt interessant oder meint ihr ach das ist mehr gotteslästerung oder so ein quatsch nein ist es natürlich nicht das ist natürlich eine mysterie serie aber auch mit gewissem charme und humor man muss da so seine grenzen zwar ziehen aber ich denke wenn man das richtig mal angeht und versteht weiß man dass man da jetzt nicht jetzt irgendwie eine art von wie gesagt gotteslästerung oder sowas dann hat auf keinen fall also ihr habt diese lehre gern das ist wirklich etwas was sich lohnt und ich bin von der ersten sekunde an schon vom schauspieler schon gefesselt werden ich weiß ja nicht wie gut ihr englisch spricht aber wenn ihr ihn auf englisch hört und wenn ihn singen hört der mann und er kann wirklich singen da kriegt ihr das zieht euch die schuhe aus das ist auf jeden fall hammer so ein typen der so viel scham auf alle anderen verstößt keine ahnung wie man das sagt das hat jetzt nichts mit ihr anziehen zu tun nein er ist aber nur cool einmal die kurzen anzüge an er ist groß er hatte britischen akzente ist natürlich logischerweise brite und die sind die sind einfach diese art und weise die sind dieses sarkastische die sind diesen charme dieses egal sein ohne die konsequenzen oder nachzudenken das ist auf eine lustige weise da ein bisschen fabriziert worden aber auch noch ein bisschen mal dunkler und noch ein bisschen bei den anderen lucifer mal kennenzulernen doch mal verlässlich ist er ist dann weiter verfolgt hat er hat auch eine ganz andere seite und seine familie die jemanden eigentlich so von der bibel her kennt und ihn ja nicht nur ob man jetzt an den teufel glaubt oder nicht aber man darf ja nicht vergessen das stimmt doch leider auch lucifer war ja auch vorher mal ein engel müssen ein gefallener engel das ist kein dämon oder so und was die serie bringt ist auch richtig dass man jetzt nicht immer alles dem teufel zu schreiben sollte denn wir machen alle schlimme dinge und das hat nichts mit dem teufel zu tun sondern das sind wir selber in unserem leben wir sind die leute die andere verurteilen wir sind die leute die die verbrechen begehen können oder auch tun und da darf man nicht auf die religion zurückgreifen sagen ja hier das ist jetzt der teufel schuld oder so das hat man sich ja über die jahre so angeeignet dieses wissen aber das sind alles erzählungen niemand hat ihn wirklich gesehen und man weiß nicht ob sowas gibt ob es eine höhere macht gibt würde ich jetzt mal sagen ja vielleicht welchen anderen form so wie es beschrieben wird natürlich nicht aber da hat jeder seinen eigenen glauben und da rede ich auch niemanden rein mir geht es einfach nur darum diese serie hier gut zu reden weil das ist eine super serie mir gefällt es persönlich vielleicht gefällt es euch nicht aber falls ihr mal neugierig seid dann guckt einfach mal zu und ich empfehle euch allein die musik weil wenn ihr den club sieht das okay dass sie da doch party alles und so weiter aus aber die die ersten zwei staffeln das und die bis zur dritten hin auch die geilste musik die ganze club mucke dieses könnt ihr gar nicht in worte fassen wie toll das eigentlich ist und ich empfehle es jedem guckt euch die serie an guckt euch nicht an aber versucht es einfach mal und es gibt so viele dinge die im leben tun könnt geht auch raus gemacht sport geht spazieren oder macht was mit auch am liebsten gesellschaftspieler alles mögliche kann man ja machen aber wer jetzt auf sci-fi und so weiter mystery und so weiter steht und doch ein bisschen bisschen schrägen comedy und dann müssen schwarzen humor dann empfehle ich es euch dann empfehle ich euch euch wirklich mal guckt diese serie an und schaut auf einmal rein das ist ja nichts schlimmes wir können ja immer mal wegschalten wer netflix kennt oder amazon kennt weiß eigentlich dass die gute qualität hat also diese plattform das hat alles gute qualität da kommt nichts ungefähr und ja das ist einfach nur die reine neugierde die dann irgendwie in dem moment zieht nur und es sind lustige stars sind welche serien stars die ihr vielleicht auch von anderen dingen nachher kennt ich spalle jetzt hier nicht keine sagt jetzt keine namen aber es sind leute die er schon woanders mal hier gesehen hat und vielleicht sind es auch eine eurer lieblingsschauspieler dabei weil die ihrer eigenen rolle in der anderen serie oder einem anderen film von der gute aktion gemacht haben und vielleicht ist das ja hier auch lernt diese serie kennen und vielleicht sogar lieben natürlich macht nicht alles nach was die da machen das denkt daran dass es immer noch mystery fantasy das ist alles nicht echt das ist nur unsere kleine welt und ich bin einfach nur davon inspiriert von dieser coolness diese diese abgebrühtheit dieses selbstvertrauen das ist natürlich sehr schwer sich das überhaupt anzueignen aber ich denke wenn man in seiner eigenen kleinen welt lebt und nicht so viel zu tun hat oder gerade wenig selbstvertrauen hat baut das einer ein bisschen auf und sagte noch ja da gibt es auch außenseiter die können auch was machen die können aufmerksamkeit auf sich ziehen ohne jetzt besonders gut auszusehen natürlich ist das der serie jetzt ein schlechtes beispiel dafür weil das sind keine normalen menschen aber es lenkt uns mal ab es lenkt uns wirklich mal ab vom alltag und ist das ist doch das was es ausmacht und wir müssen uns doch mal auf ob ich noch von dieser welt befreien nicht immer alles so kritisch zu sehen und wir müssen auch mal locker werden oder wie findet ihr das jetzt frage ich euch noch mal was für serien ich werde bestimmt noch mal einen anderen podcast machen aber was für serien findet ihr noch gut gibt es danach irgendetwas anderes was findet ihr besonders was sticht heraus gibt es eine musikgruppe ich werde wahrscheinlich über eine andere musikgruppe mal sprechen vielleicht sogar jetzt im anschluss ich weiß es noch nicht aber ich lasse wirklich so meine kreative kreativität ein bisschen walten und gucken und dann werden wir weiter gucken so wie gucken 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 wie gucken alle gucken ihr kennt das dann auch wenn fliegen hinterfliegen fliegen 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 hinterfliegen und jetzt war ganz schnell wenn fliegen hinterfliegen fliegen 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 hinterfliegen vielleicht kennst du ein oder andere noch von früher aus der kindheit ich bin mit sowas aufgewachsen ich bin ja schon was durch in bei meinen eltern die kennen das auch die haben dass sie mir quasi beigebracht und die heutige generation weiß ich nicht die mögen ganz andere sachen aber wenn ich doch jemanden davon erreicht und dafür der hält das lustig okay cool nicht schlecht ja ich hab noch nicht vor dass hier bei spotify zu machen ich weiß es noch nicht ob das so einfach so funktioniert ich probiere es immer mit youtube wenn jetzt hier ein paar klicks bekomme von euch und auch gleich ein paar abos die kostenlos sind selbst nicht dass ihr gerne mal bei spotify rein macht auch mal ein paar podcast wie wäre es es wird ja nicht so schwer sein dass da reinzusetzen das ist nur eine sache ob es jemand sich anhört ob es interessant ist und ich glaube das kann man auch ganz gut mit altem publikum schaffen und aber erst mal publikum überhaupt schaffen und wenn ihr ein teil von etwas besonderem werden wollt ich schätze jeden zuschauer der und jeden zuhörer immens und ich sage zu jedem persönlich auch danke ob per e mail oder so ich nehme auch einen armen natürlich nicht selbstverständlich nicht keine sorge aber ich würde euch gerne wirklich einen armen für jeden like für jedes abo kriegt ihr was zurück vielleicht auch kein natürlich kein geld aber vielleicht ein besonderes video oder einen besonderen beitrag einen besonderen podcast und dann sagte mir vielleicht mal ja auch wie ich jetzt das gerade mache über eine bestimmte serie oder ein filmschauspieler und dann interpretiere ich da was vielleicht suche ich da was davon raus und wir gucken mal wie sich das dann anhört ich kann ich auch meine stimme imitieren vielleicht das mache ich das auch mal ganz lustig das wäre ja auch mal was ganz neues also das ist so als vorschlag für euch aber da müssen wir an einem strang ziehen ich sag jetzt einfach mal lasst mir ein gutes abo da einen netten daumen nach oben teilt den beitrag teilt das video teilt den podcast da würdet ihr mir einen riesen gefallen mit tun und besucht mich mal bei twitch tv den link findet ihr unten in der beschreibung und auch in meinem youtube channel da ist alles verlinkt und da werdet ihr ein paar erklärungen finden da werdet ihr mich auch noch mal sehen wer hier spricht und ja bis zum nächsten mal vielen dank fürs zuhören euer lucia ja 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 ja